GB Gartenbau steht für grüne Bären. Wir sind das Team der grünen Bären. Eine große Familie, wo jeder jeden kennt. Wir arbeiten im Umkreis von 30 bis 35 Kilometer rund um Willig. Wir bieten rund um den Garten alles an, von der Pflasterung, der Terrasse, Zaunbau, Heckenrückschnitt, Heckenneupflanzung, alles was dem Garten anfällt, machen unsere Jungs. Wir arbeiten für große Kunden, kleine Kunden, für städtische Projekte. Bei uns ist jeder, der etwas im Garten gemacht haben möchte, herzlich willkommen. Die GB Gartenbau GmbH steht für ein echt aufstrebendes, junges Unternehmen. Wir sind alles kräftige Leute, dadurch auch der Slogan Bären stark und das verwirklichen wir Tag für Tag. Wir haben uns auf Kundenzufriedenheit und Spaß bei der Arbeit spezialisiert. Mir gefallen hier die Freizeitaktivitäten, zweimal in der Woche Frühstück und unsere Red Bull Flatbraid. GB Gartenbau steht für ein junges, dynamisches Unternehmen, was Qualität und Freude an der Arbeit miteinander verbindet. Bei uns im Unternehmen gibt es flache Hierarchien. Jeder Mitarbeiter kann mitbestimmen. Wir arbeiten nach dem Motto, die bessere Idee gewinnt. Das Verhältnis unter den Kollegen ist sehr gut. Man begegnet sich mit viel Respekt, aber auch mit viel Freude bei der Arbeit. Am meisten hat mich überrascht, wie schnell man hier in die Familie der Firma aufgenommen wird und wie locker alle miteinander umgehen. Was uns von anderen Unternehmen unterscheidet, ist, dass nicht die Mitarbeiter arbeiten, damit es dem Unternehmen gut geht, sondern das Unternehmen dafür sorgt, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ich bin stolz, dass ein gutes Miteinander an erster Stelle steht und wir so es schaffen, jede Baustelle zu einem sehr guten Abschluss zu bringen. Am meisten überrascht hat mich die Offenheit, dass ich mich so sehr einbringen und so sehr selbst verwirklichen kann. Das bin ich von meinen vorherigen Arbeitgebern überhaupt nicht gewohnt gewesen. Wir als Arbeitgeber machen alles das, was mich 25 Jahre lang gestört hat, anders. Bei uns kriegt jeder Mitarbeiter jede Fahrt bezahlt, die Hinfahrt und die Rückfahrt, ob er Fahrer ist oder nicht. Bei uns kriegt jeder Mitarbeiter eine vollumfängliche Arbeitskleidungsausstattung. Die Mitarbeiter haben Aufenthaltsmöglichkeiten, einen Billiardtisch, einen Gartautomat sowie auch ein Kettestudium. Ich arbeite gerne hier, weil wir haben coole Baustellen, alle sind sehr locker und jeder kann sich einbringen. Ich arbeite gerne hier, weil mich das Team überzeugt, weil mich die Arbeit überzeugt, die wir leisten und weil ich den Beruf sehr gerne mache. Wenn dir die Arbeit im Garten Landtagbau Spaß macht und deine Kollegen nicht nur Kollegen bleiben sollen und deine Firma nicht nur Arbeit sein soll, dann bist du bei uns genau an der richtigen Stelle.